Also erst einmal Hallo, mein Name ist André Pietsch und ich bin seit März 2020 der Forschungsdatenreferent an der JLU Gießen und dabei im Projekt Hessische Forschungsdateninfrastrukturen tätig, also das heißt kurz HEFTI oder wird meistens HEFTI genannt. Und ich begrüße alle zur heutigen E-Coffee Lecture mit dem Titel der Forschungsdatenlebenszyklus. Forschungsdaten bzw. das Forschungsdatenmanagement wurden in den letzten Jahren ja zum immer wichtigeren Thema, also vor allem wenn es um die Beantragung von Drittmitteln geht. Ich möchte an dieser Stelle aber natürlich auch darauf hinweisen, dass ein gutes Forschungsdatenmanagement auch einem selbst bei eigenen, vielleicht nicht durch externe Förderer finanzierte oder teilfinanzierte Projekte einen höheren Mehrwert bietet oder einen hohen Mehrwert bietet. Eine wichtige Grundlage für das Forschungsdatenmanagement bzw. den richtigen Umgang mit Forschungsdaten ist der sogenannte Forschungsdatenlebenszyklus, in dem sich alle Aspekte des Forschungsdatenmanagements einordnen lassen. Und diesen möchte ich in dieser Coffee Lecture kurz vorstellen und dabei aufzeigen, welche Aspekte in den jeweiligen Phasen oder Schritten des Lebenszyklus eine wichtige Rolle spielen. In einem ersten Schritt will ich an dieser Stelle erst einmal zeigen oder die verschiedenen Lebensphasen auflisten, sodass sich am Ende der gesamte Lebenszyklus ergibt. In einem weiteren Schritt werde ich dann auf die verschiedenen Phasen genauer eingehen und aufzeigen, welche Aufgaben in diesen Phasen anfallen. Und ich möchte an dieser Stelle auch anmerken, dass es den Forschungsdatenlebenszyklus in verschiedenen detaillierten Versionen gibt, teilweise mit feindliedrigerer, aufgeteilten Phasen. Und ich stelle hier die meiner Meinung nach in der Fachliteratur am häufigsten genutzte Version mit sechs Phasen vor und zeige am Ende des Vortrags dann aber auch nochmal alternative Versionen. Jedes Projekt beginnt natürlich damit, dass in irgendeiner Weise geplant wird. Und mit dieser Planung sollte natürlich immer auch die Planung der Datenerhebung einhergehen. Die Planung stellt demnach die erste Phase des Lebenszyklus dar und bedingt in gewisser Weise auch alle anderen Phasen, wie wir später sehen werden. Im nächsten Schritt kommt es nach der abgeschlossenen Planung des Projekts schließlich zur Datenerhebung. Diese wird entsprechend der in der Planungsphase herausgearbeiteten Bedingungen durchgeführt und es entstehen entsprechend Rohdaten in irgendeiner Art. Und diese Rohdaten müssen anschließend so aufbereitet werden, dass sie zur Beantwortung der in der Planungsphase aufgekommenen Forschungsfragen genutzt werden können. Was zu einer solchen Aufbereitung gehören kann, sehen wir später. Und irgendwo zwischen dieser Phase und der nächsten Phase liegt außerdem die Datenanalyse bzw. die eigentliche Datennutzung, die hier in dieser Darstellung jetzt erstmal nicht explizit abgebildet ist. Die vierte Phase des Forschungsdaten-Lebenszyklus umfasst wiederum alles, was mit der reinen Speicherung der Daten zu tun hat. Ab und an findet man auch Abbildungen, in denen die Datenspeicherung als dritte Phase aufgelistet ist und die Datenaufbereitung dann als vierte Phase gezeigt wird. Und auch eine solche Reihenfolge macht Sinn, da viele Daten heutzutage erhoben und direkt auf digitalem Wege abgespeichert werden, zum Beispiel in Laboren. Aber es gibt natürlich auch immer Fälle von nachträglichen Digitalisierung der Daten. Die vorletzte Phase des Lebenszyklus umfasst alles, was mit der Datenveröffentlichung zu tun hat. Und wir befinden uns jetzt also am Ende des eigentlichen Projekts, aber noch nicht am Ende dieses Lebenszyklus. Die letzte Phase ist oder umfasst dann die, oder umfasst auf die hoffentlich darauf hingearbeitete Datennachnutzung der eigenen Daten durch andere Forschende verschiedenster Disziplin. Und es ist in meinen Augen immer etwas irreführend, dass die Datennachnutzung so am Ende steht, weil diese natürlich auch wieder die Planung neuer Projekte auf Basis dieser Daten ermöglicht. Also im Grunde ist die Nachnutzung also auch der Ursprung für weitere Forschungsvorhaben in einem bestimmten Forschungsumfeld. Dabei ist nicht nur die Nachnutzung durch andere Forschende gemeint, sondern natürlich auch mögliche Anschlussforschung durch die Person vielleicht, die das Ursprungsprojekt durchgeführt hat. So, und dieses Konstrukt ist jetzt praktisch der volle Forschungsdaten-Lebenszyklus und der soll bei der Durchführung des Forschungsdatenmanagements dabei helfen, den verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten besser zu strukturieren. Also das oberste Ziel ist es, am Ende nachnutzbare Daten zu haben, die schließlich zu weiteren Projekten und nachnutzbaren Daten führen. Das Plan des eigentlichen Projekts beinhaltet, wie ich eben schon erwähnt habe, viele Aufgaben, die sich auf alle späteren Phasen des Forschungsdaten-Lebenszyklus auswirken. Und auf den ersten Blick sind manche der hier aufgelisteten Aufgaben, wie beispielsweise das Festlegen eines Forschungsdesigns, solche Aufgaben, die jeder Forschende für jedes Projekt sowieso bearbeiten würde, auch ohne Blick auf irgendwelche anfallenden Forschungsdaten. Und ich habe diese aber hier aufgelistet, weil es häufig nicht klar ist, dass diese frühen Überlegungen auch immer eine Auswirkung auf die später anfallenden Forschungsdaten haben wird und demnach unter Umständen auch besondere Maßnahmen zu treffen sind. Die Liste hier ist natürlich noch erweiterbar und in einem größeren Projekt mit externen Partnern müssen beispielsweise auch die Zugänglichkeiten zu den Daten während des Forschungsprozesses von vornherein geklärt sein, etwa ob gesonderte Zugänge oder Accounts benötigt werden oder Ähnliches. In der Datenerhebungsphase werden, wie man vermuten kann, vor allem die Rohdaten erhoben, mit denen dann im Verlauf des Projekts gearbeitet wird. Wichtig ist hier, dass für jede Erhebung eine Dokumentation angefertigt wird, die auch nachträglich Aufschluss über die sogenannte Datenprovenienz gibt und die auch in zehn Jahren noch von Nichtprojektbeteiligten verstanden werden kann. Dazu können alle Arten von Informationen über den Entstehungskontext der Daten gehören, also zum Beispiel Wort und Datum der Entstehung, Informationen zum Gerät beziehungsweise Werkzeug, mit dem die Daten erzeugt wurden, die Einstellungen oder Parameter, mit denen eine Messung vorgenommen wurde und so weiter. Sollte es sich um eine Erhebungsmethode handeln, die sich im Bereich rechtlich sensitiver Daten, beispielsweise personenbezogenen Daten, bewegt, dann muss vor der Erhebung auch immer erst eine Erlaubnis, zum Beispiel in Form von einer informierten Einwilligung, eingeholt werden. In den Bereich der Datenaufbereitung gehören besonders viele kleinere und größere Teilaufgaben. Ziel ist es, die Daten in diesem Schritt so vorzubereiten, dass die Daten danach so gespeichert werden können, dass sie bereit für eine Analyse sind, also um die Forschungsfrage oder möglichen Forschungsfragen zu beantworten. Häufig wird diese Phase auch nochmal unterteilt in Datenaufbereitung, Datenverarbeitung und Datenanalyse beziehungsweise Datennachnutzung, wie ich am Ende des Vortrags dann auch nochmal zeigen werde. Und wurden die Daten analog erfasst, geht es in einem ersten Schritt darum, die Daten zu digitalisieren. Also hierzu können dann verschiedene Aufgaben gehören, beispielsweise das händische Eingeben von Werten, aber auch die Transkription von Interviews mit direkter Pseudonymisierung oder Anonymisierung. Und als nächstes sollten die Daten dann mit maschinenlesbaren Metadaten beschrieben werden. Im Bestfall haben sie dies bereits bei der Dokumentation der Erhebung so gemacht. Und als generische Metadatenschema eignen sich hier immer Dublin Core und Datasite. Und die LMU München bietet für die Beschreibung von Datensätzen mit Datasite zum Beispiel auch einen Datasite-Generator an, der auch ohne Vorwissen genutzt werden kann. Sollten Sie Ihre Daten in JLU Data veröffentlichen, können Sie die entsprechenden Metadaten beim Einstellen des Datensatzes dann auch ebenfalls direkt über die Eingabenmaske erledigen. Also es lohnt sich außerdem beim Erstellen von so einem Datensatz auch eine Readme-Datei zu erstellen, die dann nur vom Menschen lesbar sein muss, um weitere Informationen zu liefern. Also dieser kann dann einfach dem Datensatz bei einer Veröffentlichung in einem Repository wie JLU Data dann beigelegt werden. Für die Versionierung von Daten kann es sich außerdem lohnen, Versionierungssoftware zu nutzen, wie beispielsweise das von der JLU angebotene GitLab. Und außerdem sollten in diesem Schritt hier bereits die Datenerhaltung vorbereitet werden. Das heißt, welche Daten müssen eigentlich veröffentlicht werden, welche müssen oder wollen Sie nur als Rohdaten gemäß der guten wissenschaftlichen Praxis vorhalten und so weiter. In der vierten Phase geht es dann darum, die Daten auf Datenträgern zu speichern und dann damit arbeiten zu können. Wenn möglich, sollten Sie zur Speicherung nicht proprietäre, das heißt offene Dateiformate wählen, damit die Daten später möglichst viele Personen nachnutzen können. Und Sie können natürlich auch erst bei der Veröffentlichung eine Umwandlung vornehmen. Das birgt aber womöglich auch größere Schwierigkeiten an dieser Stelle. Sie sollten außerdem darauf achten, Ihre Daten immer gemäß Ihrem in der ersten Phase erstellten Backup-Plan auf verschiedenen Datenträgern zu speichern und regelmäßige Backups durchzuführen. Die JLU bietet mit der JLU-Box und BIN-File einen universitären Cloud-Service und auch ein Netzlaufwerk für Daten bis zu insgesamt 100 Gigabyte bzw. 50 Gigabyte und beide Dienste haben das Durchführen von Backups auch direkt integriert. Bei Projekten mit mehreren Mitarbeitern sollten Sie außerdem sicherstellen, dass ein entsprechendes Rechtemanagement vorhanden ist und ein Zugriff zum Arbeiten mit den Daten für alle sichergestellt ist. Und in Vorbereitung auf die nächste Phase sollten Sie außerdem bereits früh überlegen, welche Daten Sie veröffentlichen wollen oder können und welche Daten nur für die Anforderungen der guten wissenschaftlichen Praxis als Rohdaten vorgehalten werden sollen. In der fünften Phase geht es dann schließlich darum, die Daten zu veröffentlichen bzw. die Veröffentlichung vorzubereiten und auch durchzuführen. Und dabei sollten Sie immer die letzte Phase, also die Daten-Nachnutzung, im Kopf haben. Sollten Sie vorher mit proprietären Dateiformaten gearbeitet haben, sollten Sie danach spätestens jetzt eine Überführung in nicht-proprietäre Dateiformate in Erwägung ziehen. Außerdem sollten Sie, falls nicht eh schon geschehen, überlegen, in welchem Repositorium oder in welchen Repositorien Sie die Daten veröffentlichen wollen. Also gibt es zum Beispiel für Ihr Fach ein renommiertes, fachspezifisches Repositorium, sollten Sie dieses immer bevorzugen. Gibt es das nicht, lohnt sich wahrscheinlich die Veröffentlichung in einem institutionellen Repositorium, wie JLU Data, und alternativ können Sie auch auf einem generischen Repositorium wie Zenodo veröffentlichen. Und stellen Sie vor der Veröffentlichung des Datensatzes immer sicher, dass die Daten auch verstanden werden. Dafür lohnt es sich beispielsweise, andere disziplinnahe Forschende diese Daten prüfen zu lassen und eventuell müssen Sie dann die Rigmi-Datei anpassen, die Sie vielleicht schon erstellt haben und dann entsprechend der Rückmeldung eben überarbeiten, um die Datennachnutzung zu gewährleisten. Größere Datensätze sollten Sie vor der Veröffentlichung außerdem in mehrere Parts zippen und dabei sollten Sie am besten darauf achten, dass Sie nicht komprimierte ZIP-Dateien erstellen, um die Langzeitarchivierung sicherzustellen. Und wenn es sich um extrem große Datensätze, also zum Beispiel im Terabyte-Bereich handelt, dann sollten Sie am besten das Forschungsdatenreferat informieren, damit dieses dann zusammen mit dem HLZ eine Lösung für die Veröffentlichung finden kann. Vor der Veröffentlichung müssen außerdem noch die Lizenz- und Urheberrechtsbedingungen für den Datensatz festgelegt werden, falls überhaupt irgendwelche Ansprüche bestehen. Die letzte Phase des Forschungsdatenlebenszyklus ist vermutlich selbsterklärend. Also hier sollen alle Nachnutzungsszenarien abgedeckt werden. Also einige habe ich auf dieser Folie aufgelistet. Es wird wahrscheinlich noch viele weitere geben. Interessant ist, dass im Rahmen von Untersuchungen zu Open Science und Open Data bei der Befragung von Forschenden herauskam, dass diese häufig ihre Daten nicht veröffentlichen wollen, weil sie denken, dass die Daten viel zu projektspezifisch sind oder sowieso nur von extrem wenigen nachgenutzt werden würden und so weiter. Und tatsächlich ist es aber laut einer Statistik so, dass Datensätze einer bestimmten Disziplin häufig von sehr vielen anderen Disziplinen für komplett andere Untersuchungen und Fragestellungen nachgenutzt werden. Ich empfehle deswegen immer, dass Sie Ihre Datensätze auf jeden Fall veröffentlichen sollten, damit Sie eine Nachnutzung gewährleisten und auch so, dass Sie aus Ihrer Sicht nachnutzbar sind. Nun möchte ich hier zum Schluss einfach nochmal zeigen, wie man den Forschungsdaten-Lebenszyklus auch noch mit verschiedenen weiteren Phasen ergänzen kann. Die Aufgaben, die ich im Laufe des Vortrags aufgelistet habe, bleiben dabei die gleichen. Sie verteilen sich dann einfach auf die verschiedenen fein gliedrigeren Phasen. Und die Projektplanung habe ich hier mal orange markiert, damit man im Laufe der nächsten Folien nicht den Überblick verliert, wo der Forschungsdaten-Lebenszyklus beginnt. Also neue Phasen bzw. Schritte werden dann durch eine grüne Farbe angezeigt, wie man dann hier auf der nächsten Folie bereits sehen kann. In einem ersten Schritt könnte man die allgemeine Projektplanung und die Planung der Datenerhebung zum Beispiel getrennt betrachten, da es eben für viele Forschungsfragen auch notwendig sein kann, viele ganz unterschiedliche Datenerhebungen durchzuführen, die dann alle einer eigenen Planung bedürfen. In einem weiteren Schritt erscheint es auf jeden Fall sinnvoll, die Aufgaben, die vorher alle der Datenaufbereitung zugeteilt waren, noch mal zu unterteilen in einerseits Datenaufbereitung und andererseits Datenverarbeitung. Und zwischen der Datenspeicherung und der eigentlichen Datenveröffentlichung liegt natürlich irgendwie die Analyse der Daten, da in den meisten Fällen nicht einfach die Rohdaten veröffentlicht werden. Und in einem allerletzten Schritt kann man jetzt noch die Phase der sogenannten Datenarchivierung einfügen. Dieser meint die Langzeitarchivierung der Daten und kann irgendwo zwischen Datenveröffentlichung und Datennachnutzung angedacht werden. Und wichtig ist eben, dass eine Datenarchivierung eine Datennachnutzung nie ausschließen sollte, sondern immer mitdenken sollte. Und damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und ich glaube ganz gut in der Zeit. Und damit wäre ich am Ende.